hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin auf die jagd nach dem ticket und heute ist das spiel art of conquest conquest muss mir kurz darum also ich sag mal bis gleich da wären wir wieder und gucken wir mal wieder spiel ist das spiel ist 700 megabyte groß bislang da kommen wir schon noch updates siehst du hier wird schon patch extrahiert also jetzt noch mal ein bisschen größer das thema ist bestimmt so ein gigabyte an die grafik das bild ist schon mal ganz witzig auch so ein bisschen wie clash of clans grafik ja hier mit dieser frau ok da passt der mann da nicht dazu da gibt es roboters ok oder ist das so wie robot war das spiel ich bin mal gespannt gibt es da kuchen auch lecker ok wir sind fertig wir dürfen uns der stadt aussuchen wo wir anfangen das ist doch schon mal schön dunnwulff hat halt was hat hali neferak iserum hyran hyral schaden empfohlen wird schaden warum ok wir nehmen schaden weil es empfohlen wird der könig oder die königin magia ach wir spielen könig ich mach mal kurz Musik an hier ok Dankeschön. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich noch. Oh, das ist cool. Für Silverwing! Archers, attack! Ja, sowas finde ich cool. Truppen aufstellen und dann angreifen. Habe ich denn da irgendwas übersehen zum einsammeln? Mäh! Okay. 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 Dann schauen wir jetzt mal, was wir hier haben. Oh, das wird jetzt schon... Also... Oh, ja meinst du erst die Reiter? Danach die Sperre. Dann die Punktschütze. Hm... Ich sag doch nochmal hier, aber... Da ist doch nichts mehr. Okay. Okay. Hey. Okay. Ich hab was verstanden. So. Dann müssen wir mal jetzt gut überlegen. Also, die Pferde zuerst. Hm... Dann... Meinte er ja die... Diese Viecher hier. Diese Viecher. Oh, kein Platt. Okay. Alles eingesetzt, was wir haben. Was ist so viel? Ich darf nur zwei. Ach Mensch. So, die brauche ich auf jeden Fall. Dann muss ich den König wegnehmen. Ah, der König muss da sein. Also, nehmen wir den oder den? Warte, den. Warte, nehmen wir den hier weg? Na. Na. Jetzt passt es. Okay. Jetzt aber. Dann... Achers! jawoll ja damals den auch gegeben war die zeit auch schon fast vorbei also habe ich die königin gespielt konnte jetzt frei gespielt denke ich mal das wird jetzt bestimmt gut wir nehmen also zeigt nicht auf irgendeiner es zeigt hier auf die karte dass wir welche einbauen soll wir sind wahrscheinlich überlegen wie am besten okie dokie das gute idee ist mich da vorne zu setzen ich denke eher weniger ich nehme lieber wieder weg ok kämpf nur wow warte mal ich glaube ich habe da etwas falsch gemacht wieder beim installieren ich weiß es nicht wir reiten hier erstmal eine burg rein weil ich meine ich bin schon länger wie zwölf minuten anspielen er wie 10 minuten am spiel mussten 30 minuten jetzt zu sein ok später kann ich wahrscheinlich die ganzen händen noch kriegen gut gut ah ich muss auch noch bauen sind gut Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, jetzt noch zwei Sachen bauen, dann bin ich fertig. Und jetzt haben wir noch eine Burg. Aufgaben einsammeln. Da, der Laden, der leuchtet noch rot. Hier wird nur angezeigt, da kannst du was kaufen, aber ich will nicht kaufen. Eine Truhe für 10, solche Münzen habe ich noch nicht. Okay. Ja, keine Münzen. Oh, was ist hier? Oh. Ne, schon wieder. Also hier ist beim Laden halt alles nur mit Geld. Das ist eine Tafel, wie bei The Rise of Empires. So, Spiel finde ich ganz gut bislang. Macht mir Spaß. Grafik auch ganz witzig gemacht worden. Also Speer oder Bogen. Level 1. Verbessern. Geht nix. Schnell. Nein. Hm. Und was ist da? Ah ne, da war ich drinnen. Da war ich drinnen. Hier? Ne. Hä? Ich bin verwirrt. Ausbildung. Verbessern. Und hier genau das gleiche. Verstehe ich nicht. Aber was ist hier? Geld und Holz. Aber warum kann ich jetzt hier kein... Ach, muss da drauf drücken. Ok, ok. So, jetzt haben wir noch schnell eine Kaserne, die wir bauen können. Schneller, schneller, schneller. Ach, ich mach jetzt hier erstmal Stopp mit dem Video. Es wird sonst zu lange. Und dann schau ich mir, warum ich noch nicht die 10 Minuten gekriegt habe. Aber ich vermute, ich hab wieder bei Installation drauf gedrückt, wo ich nur nicht drauf drücken durfte. Naja. Verstehe. Da, Ticket einlösen. Ich hab's oder... Oder ich hab's übersehen. Na egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Schau.- Tschüss. Tschüss.